hallo freunde der virtuellen realität schönes eingeschaltet habt zum heutigen video und ja in unserer facebook gruppe we are world germany wurde ein bisschen diskutiert über diese brille hier und ja diese brille hat keinen klinken anschluss was sehr sehr schade ist verstehe ich auch nicht warum das wegrationalisiert wurde keine ahnung auf jeden fall wurde da angemerkt dass wenn man jetzt eine usb soundkarte daran anschließt ja nicht mehr gleichzeitig laden kann klar wenn ich hier den port belege kann ich nicht mehr laden oder nicht mehr beiladen keine powerbank mehr benutzen das war sozusagen das thema und dann hat halt jemand einen adapter gepostet und dann habe ich mich noch noch auf der suche gemacht und habe dann einen anderen adapter bestellt der ja für mich meiner meinung nach ein bisschen besser mir vorkam es gibt aber günstigere version aber ob die funktionieren weiß ich nicht und zwar bin ich hier auf diesen kleinen kerl gestoßen der hat eine klinkenbuchse eine usb c buchse und dann halt hier hinten ein stecker und den montiere ich einfach mit klettband ich habe hier noch ja von so einem netzteil be quiet netzteil habe ich ein klettband da packe ich den einfach hier ran und ich habe auch probiert gleichzeitig die gleichzeitig zu laden also mit einer powerbank zu laden hier die habe ich mir mal dran gebaut kann man hier hinten auch mit kabel bindern oder oder mit klett verband klettband dran machen und habe quasi gleichzeitig erhaltungs ladung betrieben und hat anderen kopfhörern angeschlossen und funktionierte alles wunderbar ich hatte keine probleme und ja für alle leute die jetzt definitiv mit dem sound nicht klar kommen und sagen ich muss hier wirklich meine normalen kopfhörer haben ist das eine super lösung und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die amazon seite dazu und das teil kostet 17 euro 99 ich werde euch unten in der beschreibung auf jeden fall den link posten ist ein affiliate link wer mich unterstützen möchte kann das gerne tun dadurch wird nicht teurer für euch und ja ich habe da was von würde ich mich natürlich freuen wenn er es nutzt ansonsten wenn er das nicht wünscht könnte es auch einfach ganz alleine bestellen ist auch kein problem ja hier sehen wir noch mal buchse also die buchsen für kopfhörer und für die für die powerbank und ja wie gesagt funktioniert wunderbar kostet 18 euro es gibt auch günstigere varianten da muss man dann auch noch mal schauen aber da weiß ich echt nicht ob die passen ich habe mir einfach gedacht hier das teil kann ich bequem mit einem mit dem klettband an die brille machen und per hält dann perfekt hat er keine nichts mehr rum baumeln und so weiter ja das muss dann jeder für sich selbst entscheiden ja noch mal auch auf unsere we are world germany facebook gruppe zurückzukommen hier behandeln wir alle themen rund um wie a ist egal welche brille pico 4 pc wie a meta quest ps wie a 2 also alles dabei und also pc wie a steam wie a also wir machen die gruppe jetzt nicht abhängig davon wer welche brille hat sondern mögt ihr wie a liebt ihr wie a wie wir bekloppten und dann seid ihr hier genau richtig und in der beschreibung ist auf jeden fall auch der link dazu ich würde mich freuen wenn ihr da auch ja joinen würdet und ja das war es eigentlich schon mit der kleinen mit der kleinen vorstellung hier für diesen usb adapter usb klinke linken adapter und falls euch das video gefallen hat würde ich mich natürlich auf ein like freuen falls meinen kanal noch nicht abonniert habt abo button drücken ist immer gut und kostet nichts und ja ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal